Musik Hi, und wenn du SeanDavidTV mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, kannst du dies nun auf patreon.com slash seandavidtv. Sicher dir nun Shoutouts, exklusive Folgen und mehr. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu SeanDavidTV mit meiner Wenigkeit und einem, jetzt will ich jetzt sagen, neues Gesicht. Für euch eventuell neues Gesicht. Und zwar haben wir heute Vasily von Willis Video. Hallihallo. Lass mich noch nicht mal ausreden. Sorry, mach. Ist okay, ist okay, ist okay. Sag mal ganz kurz, weil wir ja uns heute mega spontan getroffen haben. Absolut mega spontan. Wie kommt es denn, dass du hier heute sitzt, beziehungsweise was machst du denn, das sich qualifiziert, dass du hier in dieser Man Cave sitzen darf? Machst du eventuell auch irgendwas in dieser Richtung? Zufälligerweise mach ich auch hauptsächlich Retro-Stuff. Also ich schnapp mir die alten Filme und bespreche die von A bis Z, ja. Das ist sehr, sehr schön und da bin ich ja quasi mehr oder weniger auf dich aufmerksam geworden. Wir haben heute ein sehr, sehr, sehr schönes Thema, wo du vor kurzem quasi so einen kleinen Marathon drüber gemacht hast. Und zwar die Rambo-Franchise hast du gecovert. Ja. Und wir besprechen heute aus dem Jahre 2008 John Rambo. Yes. Ich hab mir ja deine Videos angeguckt, als du die Rambo-Franchise ein bisschen auseinandergenommen hast und hab da auch ein paar persönliche Eindrücke von dir wahrgenommen, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. So, was bedeutet dir denn generell so die Rambo-Franchise? Das ist in erster Linie irgendwo ein Stück weit Kindheitserinnerung. Also sehr, sehr, sehr viel Emotion. Weil wann kam der erste raus? 1982. Erstmals habe ich den 85, 86 gesehen. Und das war halt die Zeit damals, mein Vater, der hat dann fleißig die Stallone-Filme halt eben aus der Videothek dann ausgeliehen. Und so kam man dann erstmals mit fünf, sechs, sieben Jahren mit dem Franchise in Berührung. Und ja, es hat damals einfach einen weggeblasen, so als jungen Kerl, so was zu sehen. Ja, und da kommen wir wieder zu dem Thema, dass unsere Generation ein bisschen verkorkst ist. Also ich hab den, glaube ich, die Rambo-Filme auch so mit acht, neun Jahren gesehen. Also genau das richtige Alter für das, was sie freigegeben waren. Absolut, absolut. Ja, aber hat es uns geschadet? Nö, also ich würde mal sagen, nö. Nö. 30, 40 Jahre später sitzen wir hier und quatschen halt darüber. Also es hat auf jeden Fall einen guten Eindruck hinterlassen. Nun sind wir natürlich bei John Rambo, bei Teil 4 gelandet. Ja. Und wir befinden uns da ja in einem besonderen Abschnitt in Stallones Karriere. Ich meine, er hatte ja kurz vorher, hatte er ja mit Rocky Balboa mehr oder weniger sein Comeback gehabt. So sieht's aus, ja. Ja, nachdem viele Leute echt gezweifelt haben und gedacht haben, von wegen, ey, Stallones Karriere ist vorbei. Weil da kam ja auch diese ganze VHS-Kassetten-Geschichte hier mit Driven und Get Carter und so weiter, wo es halt echt runterging. Richtig. Dann der Achtungserfolg mit Rocky Balboa und dann die Ankündigung von wegen, okay, John Rambo kommt. Was war dein Gedanke damals? Uh, ich konnte es tatsächlich nicht so wirklich greifen. Ich meine, ich habe Rocky Balboa gesehen und mir sind zum Schluss natürlich dann auch so ein paar Tränchen gegessen. Ultrafilm, oder? Boah, Hammer. Absolut Hammer. Ich sag's ja bis heute und das verstehen vielleicht nicht viele, aber es gibt Phasen, wo ich sage, das ist mein Lieblings-Rocky-Film. Überleg mal, die eine Szene ganz zum Schluss, wo er so am Friedhof steht und so die Kamera so langsam ausblendet und er noch so in die Kamera winkt, so. Also, es war halt einfach eine Art von Abschied an die Fans, die ihn im ersten Moment an mit begleitet haben. Und es war einfach so. Boah, ich kriege ja wieder Gänse. Ich finde das so schlimm. Es ist so komisch. Aber ja, ey, das ist ja das Schöne, dass solche Filme so was mit einem machen. Und dann eben, um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich dann den Trailer kurz darauf gesehen, weil das hat ja gar nicht so lange danach gedauert, als dann eben John Rambo gekommen ist und damals eben als Red Band Trailer. Richtig. Also sprich, ohne Altersfreigabe, beziehungsweise halt nur für die Volljährigen. Und du guckst und denkst so, was zum Teufel ist hier los? Was für eine Brutalität geschieht hier in diesem Film, bitte? Richtig. Und gleich gehen wir da bitte auch nochmal intensiv drauf ein. Ich möchte nur ganz kurz eine Sache sagen, bevor ich dich um die Inhaltsangabe bitte. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer Geniestreich von Stallone war, weil er musste irgendwas machen, damit der Film ein Gesprächsthema ist. Schlauer bin ich ganz genau bei dir und das hatte ich ja auch in meinem Video damals, wo ich zu John Rambo gemacht habe, ja auch so gesagt habe. Ein Fuchs. Richtig. Ein Fuchs. Einfach ein Fuchs. Absolut. Schlauer Mann heißt es. Worüber handelt John Rambo? Also im Grunde genommen, die Inhaltsangabe, die gebe ich jetzt einfach mal wieder. John Rambo, im Grunde genommen, lebt zurückgezogen in Thailand, möchte sich aus sämtlichen Konflikten dieser Welt irgendwo raushalten, wird aber trotzdem wieder reingezogen. Er lebt ja irgendwo in der Nähe zu Birma und da ist ja eine Gruppe von Missionaren, wo dort eben ein Dorf der Kareen, so eine christliche Gemeinschaft, dorthin gehen wollen und die unterstützen wollen. Und John, Bootsmann, soll sie einfach dahin bringen. So, er will nicht, er sträubt sich, macht es dann eben doch. Auf dem Weg dahin werden die dann von Flusspiraten dann auch noch angegriffen, die John Rambo notgedrungen dann wegballern muss, weil sonst hätten sie sich die Sarah geschnappt, die dort dabei war. Eine von den Missionarinnen. Richtig, eine von den Missionarinnen. Die sind dann dort im Dorf, da greift dann das Militär an, weil zu Birma muss man sagen, seit Jahrzehnten herrscht dort ein Bürgerkrieg und da kommt eine Militärdiktatur nach der anderen. Also das Land, das hat seit Jahrzehnten keine Ruhe. Und das war ja auch das Thema, was sich Stallone einfach ein bisschen angenommen hat. Auf jeden Fall auf alle Fälle, die Missionare, die werden dann eben entsprechend gefangen genommen. Und John zieht dann los, er wird von einem Pastor überredet, zusammen mit Söldnern die Leute zu befreien. Es gelingt und zum Schluss, zum Finale gibt es dann ein Massaker. Ja, und wenn es eine Steigerung von dem Wort Massaker geben würde, dann wäre es hier auf jeden Fall angebracht. Ja. Ja, also John Rambo und die Expendables geben am Ende nochmal richtig Gas. Aber hallo. Ja, also wie wir schon anfangs gesagt haben, es war ja nicht nur so mehr oder weniger die Comeback-Phase von Stallone, sondern auch mehr oder weniger von Rambo, wie du auch schon erwähntest. Er hat sich eigentlich zurückgezogen und wir sehen auch, er ist natürlich auch gealtert und er wird nochmal ein bisschen mehr in sich gekehrt und noch mehr von wegen, ey Leute, lass mich mit allem in Ruhe und so weiter. Was ich auf jeden Fall schon mal gut fand, war, dass der Look, den Stallone hatte, hat mir sehr gefallen. War deutlich geerdeter. Richtig, genau. Also es war wieder so ein bisschen Back to Basics und nicht mehr so, ey, ich bin der Action-Superstar, sondern hey, ich bin jetzt, keine Ahnung, in meinen 50ern so und... 60, der war sogar schon abhängig. Stimmt, genau, der war schon seit 60, genau. Der gutste. Und er sah halt einfach aus wie, ja, ein geerdeter, nachvollziehbarer John Rambo. So, was mir auch gefallen hat, war, dass er noch lange Haare hatte, was mich in dem Neuen gestört hat, wenn ich ehrlich bin, ja. Also ich gehöre zu den wenigen, die den Film nicht verteufeln, den Neuen, also den letzten. Me too. Ja, er ist für mich, der Neue ist für mich sowas wie so ein Cousin dritten Grades, so gehört irgendwie nicht so richtig dazu. Und ist ein Film, wo ich finde, dass der mit jedem Mal schauen so ein bisschen besser funktioniert, wenn man sich auch wirklich damit auseinandersetzt. Also so ging's mir auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem des Filmes war der Titel, das, was mit Rambo zu tun hat. Ja, im ersten Moment ja. Wenn es ein anderer Stallone-Film gewesen wäre und man nicht diese typischen Rambo-Erwartungen gehabt hätte. Trotzdem so ein bisschen weiter gedacht, konnte ich tatsächlich das Ganze irgendwo greifen als Figur. Nee, konnte ich auch. Wir kommen auch sofort zurück, keine Sorge. Ja, ich hab halt überlegt, okay, aus Stallones Sicht, ich mein, er hat ja schon relativ früh angefangen, die Story zu schreiben, ne. Und ich hab mir überlegt, okay, aus Stallones Sicht, warum hat er sich dafür entschieden? Und ich konnte es sehr, sehr nachvollziehen. Er musste ja, wenn sein Gedanke war von wegen, okay, Last Blood, also Abschied von dem Ganzen. So, wo ist Rambo am Ende seiner Laufbahn? Und du kannst ja nicht schon wieder genau das Gleiche machen. Also da waren, wir reden ja von Teil 5, das heißt das fünfte Mal. Und Teil 2 ist anders als Teil 1, Teil 3 ist anders als Teil 2, Teil 4 ist anders als Teil 3. Das heißt, er musste wieder in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, es war einfach sehr, sehr, sehr schwer, da etwas zu finden, eine Richtung, mit der alle happy sind. Ja, ja, bin ich bei dir. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Also, aber es ist ja das Schöne, dass es im Grunde genommen genau an das Ende vom vierten Teil ja anschließt. Richtig, richtig. Weil nach dem Riesenmassaker, da ist ja John Rambo, wie er auf dem Hügel steht und einfach mal das Ganze reflektiert und merkt so, okay, was für eine Schlacht gibt es jetzt noch zu schlagen? Ich bin irgendwo, ich hab mich mit mir arrangiert, ich bin ein Kriegsteufel, ein Kriegsgott, nenn es, was du willst. Es bringt nichts, mich zu verstecken, ich gehe heim. Vielleicht finde ich dort ein Stück weit Frieden. Ja, ja. Um jetzt nochmal die Brücke zum Frieren zu schlagen, ne? Ganz ehrlich, der arme John Rambo hat kein cooles Leben gehabt. Nee, 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 nee. Ui, 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 ui. Ja, also, wir haben ja schon jetzt die Inhaltsangabe gemacht, Hauptdarsteller wissen wir ja alle logischerweise, Sylvester Stallone, Regie geführt auch von Sylvester Stallone. Was ich finde, was man auch merkt, weil der gute Mann, immer wenn es um seine ikonischen Figuren geht, wenn er selber Regie führt, funktioniert es halt immer. Weil du halt merkst, von wegen, er lebt das Ganze, er versteht das Ganze besser als jeder andere. Ganz genau, ja. So, und davon profitieren wir massiv in dem Film, finde ich. Das merkst du in jedem Making-of, wenn er seine Sätze von sich gibt, das merkst du in jedem Interview, der ist wirklich mit Herzblut dabei. Er lebt die Rolle. Er lebt sie richtig. Richtig, richtig. Jetzt hast du gerade gesagt, man merkt es in jedem Satz. Ich finde, das ist auch so die Phase, also wir kommen von ultra krassen Zitaten aus Rocky Balboa zu wieder ultra krassen Zitaten von John Rambo. Also irgendwie hat Stallone sich in den 2000ern echt gefunden, was so seine Filmquotes angeht. Also von Rocky IV, von We can all change, hat er sich auf jeden Fall massiv nochmal gesteigert, so in den 2000ern, was so seine Sätze angeht. Ja, und vor allem eben dieser eine Satz, als er jetzt dem einen Söldner eben Pfeil und Bogen vor das Gesicht hält und dann dieses Lebe für nichts oder Stille für etwas. Ja, etwas, ja. Leck mich am Erd. Das ist Gänsehaut. Das war richtig Gänsehaut. Geht schon wieder los? Ja, es geht schon wieder los. Schlimm, 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 schlimm. Dann haben wir die besagte Sarah, gespielt von Julie Benz, die viele auch von Dexter kennen, die ich sehr, sehr, sehr gut besetzt für den Film fand, weil sie eben, und das finde ich generell bei dem Cast, es ist überhaupt kein vorstechendes Cast. Also die sind sehr, sehr, sehr zurückhaltend im Hintergrund. Richtig, ganz genau, ganz genau, ganz genau. Aber geben Rambo genau den Platz, den er braucht. Ja, er ist absolut im Fokus und das ist wichtig. Richtig. Es ist wichtig. Genau, und deswegen fand ich auch ihre Rolle zum Beispiel, man sieht ja, dass John Rambo ihr eine große Sympathie gegenüber hat und dass sie ja irgendwas wieder mit ihm macht. Also sie erwischt ja irgendwie so sein Herz. Aber es ist nicht so auf diese Liebesart und Weise, sondern irgendwie auf zwischenmenschlich oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber dadurch, dass sie jetzt auch nicht auf sexy gemacht ist oder sonst irgendwas, sondern auf einer gewissen Ebene einfach so die gleichen Schwingungen. Richtig, genau. Und dafür, finde ich, war sie halt echt perfekt. Dann haben wir, und das finde ich halt auch so interessant, wenn du dir die ganzen anderen Charaktere nochmal anguckst und ich hatte ja schon gesagt, die stechen halt nicht so groß hervor. Wenn man sich jetzt mal die ganzen Bösewichte anguckt, ne? Ja. Ne? Ja. Ja, ja, klar. Im ersten Sheriff Teasel, eigentlich jetzt nicht der Bösewicht, aber trotzdem halt Rambos Gegner. Im zweiten Teil Colonel Podofsk und dann der asiatische. Im dritten hast du Oberst Zeisen, so wirklich überzeichnete Figuren. Und jetzt im vierten Rambo, die Figur geerdeter und auch sein Gegner deutlich geerdeter. Richtig, richtig. Und auch das finde ich sehr, sehr, sehr angenehm und sehr, sehr, sehr passend. Ja, eben. Und das zeigt halt auch wieder, dass Sylvester Stallone, ich meine, die ganze Idee war ja wieder seine, er hat es halt wirklich verstanden, wie, also wie jeder funktionieren muss, damit dieser Film halt so funktioniert, wie er funktioniert. Damit das funktioniert, der Hund ist, genau. Richtig. Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass der Film in Birma stattfindet und du hast auch jetzt schon angekündigt, beziehungsweise erwähnt, dass die politische Situation da eine Katastrophe war. Seit Jahrzehnten verfahren. Richtig, genau. Weswegen Stallone sich ja auch explizit diesen Drehort halt... Er hat ja bei den United Nations, bei den Vereinten Nationen nachgefragt, Freunde, wie sieht's aus, wo ist momentan so... Die Hölle. Die Hölle, das größte Konfliktgebiet. Und da haben die gesagt, Myanmar, also Birma, ne? Und dann hat er sich ein bisschen eingehender mit der Geschichte dort beschäftigt, was dort gerade los ist und hat gesagt, okay, er möchte auf die Situation aufmerksam machen und gleichzeitig halt eine gute Story halt abliefern in diesem Konfliktgebiet. Richtig. Hat er geschafft, der gute Mann. Ja, absolut. Was ich so... Und ich hab den Film heute Morgen um sechs Uhr früh nochmal geschaut. Echt? Ja. Okay. Einfach nochmal, um es zu refreshen. Ja, ja. Und was mir da nochmal aufgefallen ist und da... Ey, sorry Leute, ich hab's jetzt glaube ich schon in zehn Folgen gesagt, aber da kommt CGI auch nicht dran und Greenscreen und so weiter. Du siehst halt, dass es on location gedreht wurde. Keine einzige Studiaufnahme in dem Film. Ja, und man sieht es. Es sieht einfach, die ganzen Landschaften, es sieht so gut aus. Also von der Optik her. So und das ist halt etwas, was ich in der heutigen Zeit immer mehr zu schätzen weiß, wenn du halt weißt, die Leute sind halt wirklich irgendwo hingeflogen, haben halt wirklich vor Ort gedreht und nicht halt den ganzen Kram im Studio. Es bringt einfach ein ganz anderes Flair rüber. Es wirkt halt echt. Das ist das, was man ja heutzutage oft vermisst. Dieses Echte. Eine Szene in dem Film, die gab's, wo ich gedacht hab, na, okay, hätte man vielleicht anders dann lösen können, als die Bombe da. Da die Claymore hochgeht, wo Rambo die Leute in die Falle lockt und dann die Druckwelle kommt. Okay, ja. Das war eins der wenigen CGI-Sachen, die mich echt gestört haben. Aber das Überwiegende war ja wirklich praktisch und handgemacht und das ist halt einfach toll. Richtig. Und ich hab eine Sache, die mich stört. Und zwar ist es ab und zu das CGI-Blut. Ja. Ja, so dass das es mir... Damit konnte ich halbwegs leben, halbwegs. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, mir ist es heute zum ersten Mal so massiv aufgefallen. Also, die damaligen Watches, die ich gemacht hab, da hab ich's nicht so krass im Visier gehabt. Vor allem in der Szene zum Schluss, wo er den Major Tint auseinandernimmt und der den Berg runter pullert. Richtig. Also, ich verstehe halt auch, dass gerade durch diese ganzen Szenen, wo halt auch massiv rumgeballert wird, dass es halt echt schwer ist, dass halt mit Blutpacks und so weiter... Du kannst nicht jedem mit tausend Blutpacks zutackern. Das funktioniert nicht. Genau, also das ist halt schwierig. Deswegen hab ich da Verständnis für. Ich hab ja auch generell auch Verständnis für CGI, aber die Balance muss halt stimmen. Ja, ja, ja. So, und wie gesagt, da, finde ich, hat es halt auf jeden Fall gepasst. Der Film war in Birma, ja, oder ist vielleicht sogar immer noch gebannt, also Bands. Das ist laut meinen Infos, ja. Ja, und die Bootlegs sind halt echt heiße Ware da drüben, ne? Absolut, absolut, absolut. Richtig, richtig, genau. Also, manche Sachen ändern sich halt nie, ne? Eben, und vor allem hier unter den Freiheitskämpfern, absolut. Da ist ja Rambo, Stallone, ne Ikone bei denen, ne? Und die verwenden ja teilweise, lebe für nichts oder stirb für etwas als Schlachtruf. Ist geil, ist geil. Geil, geil, geil. Es ist auch, also wir haben ja in den 2000ern echt ein paar, ich nenne es jetzt mal geile Quotes aus Vorkämpfen. Zum Beispiel bei 300 gab es ja auch, das ist Sparta und diese ganzen Geschichten. Warte, 300 war in den 2000ern, ne? Ja, ja, es war, oh Gott, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber Anfang der 2000er. Habe ich damals auch im Kino gesehen. Ja, ja, so, und es gibt halt echt so ein paar Sätze, die dich als Mann irgendwie so voll deiner Ehre packen, wo du sofort stramm stehst und sagst, ja! Vor allem kleine Anekdote, eben, Sparta, Griechen, ja, ich Grieche. Hey, und da war ich halt eben gerade mit zwei, drei anderen Kollegen im Kino, ein Trupp an griechischen jungen Männern. Wir sind so ausgerechnet. Ja, natürlich, 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 natürlich. Das sehe ich heute ein bisschen differenzierter, aber damals, es war halt wirklich so, boah. Ich muss so lachen, ich habe mal bei einem Eddie Murphy Comedy-Programm aus den 80ern gesehen, dass er sich mal drüber lustig gemacht hat, dass wenn Italiener in Rocky reingehen, ja, und wenn die klein sind, also wenn die halt nicht so groß gewachsen sind, kommen die halt gefühlt 2,50 Meter aus dem Kino raus und wollen halt mit jedem Dreck Prügel anfangen. So, aber ich kann das halt voll verstehen, also, es gibt halt auch Filme, wo ich halt nach dem Film halt denke von wegen, okay, kannst alle auseinander nehmen, ist halt sehr weit von der Realität, aber... Ja, die holen dich einfach auf einer gewissen Ebene dann ab und dann, du fühlst dich einfach anders danach. Ja, die wissen schon, wie man uns kriegt. Ja, 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 absolut, absolut. Wusstest du, dass James Brolin ursprünglich Colonel Troutman spielen sollte und der dann aber rausgeschrieben wurde, weil sie gesagt haben von wegen, ja, vielleicht machen wir lieber ohne Troutman diesmal? Also, ich weiß von Kirk Douglas. Oh! Kirk Douglas war ja am Set von Rambo 1 schon da, die ersten Tage und wurde dann mehr oder weniger, weil er Drehbuchänderungen haben wollte und Stallone gesagt hat, nee, Freundchen, tut mir leid, Kirk Douglas in Ehren, Legende, aber ich glaube, das passt nicht. Und so ist dann Richard Kreener mit ins Boot gekommen. Was ich und nix gegen Douglas, wissen wir ja von wegen, aber ich bin sehr, sehr froh über Kreener und ich habe das ganz, ganz oft auch in den anderen Rambo-Folgen gesagt, für mich ist der auch die Idealbesetzung, weil er es schafft, zu Rambo auch so eine Vater, so eine ganz... Seine Aura halt. Ja, ja, genau. Der braucht auch nicht viel Screentime, den siehst du halt da und es ist sofort ein Gewinn für den Film. Ja. Und ich habe mir heute Morgen nochmal Gedanken drüber gemacht, okay, war es schlau, Troutman nicht neu zu besetzen in dem Film und ich glaube, sie haben auf... Nee, ich weiß, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, den Charakter nicht zu nehmen, weil A, hat der Film ihn nicht gebraucht? Nee. So, und B, ich als Rambo-Fan hätte wahrscheinlich dann gesagt, ey, das ist nicht Troutman, so. Und er ist ja trotzdem geehrt worden in dem Film, in der einen Szene, als Rambo seine Albträume hat. Richtig, richtig. Da hörst du, siehst ihn ja noch in Flashbacks, hörst seine Stimme sogar, in der deutschen Synchro tatsächlich seine Originalstimme von damals und was ich da auch spannend fand, die haben dort das alternative Ende vom Ersten gezeigt. Ist dir das aufgefallen? Ganz kurzer Flashback. Genau, das ist mir auch aufgefallen und ich muss jetzt leider einen ganz kurzen Sprung machen, weil sonst werde ich es vergessen. Die Version, die ich heute Morgen geguckt habe, die ging aus irgendeinem Grund 95 Minuten und da war ganz, ganz viel, wo es keine deutsche Synchro war, also wo Englisch drüber gesprochen wurde. Hast du dann den Extended Cut eventuell geguckt? Und das wird es gewesen sein, weil ich habe irgendwo hier, habe ich die DVD hier stehen, aber ich habe die auf Festplatte gehabt und habe die Laufzeit gesehen und gesagt, hä, aber das ging da nicht irgendwie nur 75 Minuten oder so, war der nicht so ultra kurz? Knapp 90 Minuten. Knappe 90 Minuten. War der nicht noch kürzer? NTSC-Laufzeit, ne, ich meine, der war tatsächlich, also der hat einen relativ langen Abspann, 89 Minuten meine ich, also in der Kinofassung. Ja, okay, das kann sein, genau. Es war auf jeden Fall unter 90 Minuten. Ja, ja, unter 90, 89, genau, in NTSC-Laufzeit. Und jetzt waren es halt 95 Minuten und wie gesagt, voll viel Text, der auf einmal dann zu Englisch rüber geschwappt ist und habe schon gedacht, ah, okay. Und es ist auf jeden Fall... Ich glaube, ich kann es eine offizielle Version gewesen sein, dann wahrscheinlich, zumindest keine deutsche. Das will ich hier nicht kommentieren. Ich auch. Auf YouTube. Ja, auf jeden Fall habe ich dann bei den Szenen gedacht, von wegen, oh, okay, ist es gut, dass die weg waren, weil die haben so ein bisschen das Tempo rausgenommen und sie waren halt nicht nötig. So, aber, das kommt auch dazu, ich weiß noch, als ich den Film damals im Kino gesehen habe, ich fand es gut, dass er so kurz ging, weil für mich war der, ey, nicht ultra viel, also nicht zu viel Vorgeplänkel. So, du hast halt genau den Anteil an Story, den du am Anfang brauchst, um die Motivation zu verstehen, um Rambo zu verstehen, wo er jetzt gerade ist und danach geht es halt ab. Generell für die Geschichte die richtige Laufzeit. Keine Füller. Ja. Und das kann man wirklich eigentlich von jedem Rambo-Film sagen. Überleg mal, der erste wirkt episch und geht trotzdem nur 91 Minuten. Ja, was für ein Film, ja. Was für ein Film. Ich habe heute noch drüber nachgedacht, so wie gut ich die Rambo-Franchise finde und ich sage das bis heute, für mich hat die Franchise keinen schlechten Film. So, Teil 1 bis Teil 4 finde ich alle super. Ja. Und wie gesagt, Teil 5 ist für mich auf jeden Fall noch in Ordnung. So, und wenn man das da mal Revue passieren lässt, dann ist das für eine Franchise ohne schlechten Film mit 5 Teilen, ist das eine unfassbare Leistung. Das kommt nicht sehr oft vor. Absolut. Also selbst die Rocky-Franchise hat ja, wo die Allgemeinheit sagt von wegen, okay, Teil 5 Vollkatastrophe, dieses Vollkatastrophe hast du bei Rambo nicht. Nee, nee, richtig. Und gut, Vollkatastrophe, mittlerweile kann man den ja auch ein bisschen würdigen, diesen 5. Rocky. Ich finde ihn auch nicht scheiße. Nee, ja. Ich sage das ja auch. Aber eben, wie du sagst, Rambo hat gar keinen Ausfall. Also nicht mal ein bisschen Ausfall, sondern sie sind alle gut, also auch der 5. für mich. Wie gesagt, am Anfang konnte ich mich nicht ganz so damit arrangieren. Vielleicht Erwartungshaltung, weil man was... Das ist das Problem. Ich habe natürlich gewusst, um was es geht, bin dann reingegangen, mir war schon klar, es geht irgendwie in Richtung Taken meinetwegen, was es dann auch schlussendlich war. War aber auf Rambo-Art. Taken meets Rambo allein zu Hause. Ja, genau. Perfekt umschrieben. Perfekt umschrieben. Ja, ja. Lass mal ein Crossover machen zwischen Kevin allein zu Hause und... Wobei er schon im ersten Rambo Fallen gebaut hat, das werde ich auch mal gerne vergessen. Das stimmt. Er war der Erste, der Fallen gebaut hat. Er war der Erste. 82. Also hat Kevin allein zu Hause quasi das geklaut. So sieht es aus. Kevin allein zu Hause, der ja auch geklaut hat von diesem französischen Film Silent Night. Ja, ja, ja. Hieß der Silent Night? Ich war schon... Nee, nee, nee. Der hieß... Deadly, Deadly, Deadly... Deadly Nights. Nee, Deadly... Deadly Games. Dauert manchmal ein bisschen. Deadly Games. Kevin allein zu Hause. Gut, kommen wir kurz wieder zurück. Eine Sache, die ich mir auch aufgeschrieben habe, die ich sehr interessant fand, war 2,59 Kills per Minute. Oh, okay. Ja. Und... Genau, ich habe noch den Gesamtbodycon im Kopf. 254 oder so, glaube ich. Ja, so. Und da würde ich jetzt mit dir gerne mal in die Analyse gehen. Ich habe mich gefragt, finde ich den Film so gut, weil da so krass rumgeballert wird und weil er so brutal ist? Oder ist das etwas, was ich einfach zur Kenntnis nehme, wo ich sage, ja, das ist halt da, aber das ist für mich nicht das, was mich an dem Film so anzieht? Und ich muss ganz klar sagen, also ich weiß, es gibt viele Leute, die genau wegen solchen Sachen sich den Film angucken. Bei mir ist es überhaupt nicht der Fall. Also es ist für mich ein Tool, um nochmal mehr zu beschreiben, wo John Rambo sich befindet, vom Kopf her und was für eine Lage er ist. Aber das ist für mich nicht der Selling Point, warum ich den Film gut finde, sondern für mich ist es halt wirklich Story, Schauspiel, wie der Film aussieht und das ganze Rambo-Feeling, was er quasi von den 80ern ins Jahr 2000 gebracht hat. Ganz genau. Und vor allem jetzt eben diese Brutalität, die unterstreicht ja nochmal die Message. In meinen Augen. Und das ist ja, finde ich ja witzig, der ist ja noch gar nicht so lange, September 23 wurde er erst vom Index wieder runtergenommen. Selbst im Kino damals gab es den ja nur in einer einminütigen, gekürzten Fassung. Und da hat dann die Bundesprüfstelle für Schlag mich tot, ich kann das jetzt gar nicht alles aussprechen, hat dann anerkannt, dass es eben keine reine Gewaltorgie ist, sondern ein Antikriegsfilm. Und dieses Gemetzel unterstreicht halt eben diese Antikriegshafte Message. Richtig, was ja leider bei vielen Filmen oft viel zu spät erst verstanden wird. Also ich habe es von Anfang an gereilt, weil man sieht ja auch, Rambo ist ja die ganze Zeit, also auch wenn er da in den Krieg reingeht, du siehst ja von wegen, dass er das überhaupt nicht möchte und dass er vom Kopf her schon so ist, von wegen, ey, das kann doch nicht sein, dass das die einzige Lösung hier wieder sein muss. Der weiß ganz genau, was für eine widerliche Frage ihn erwarten würde. Richtig. Der Film hat 50 Millionen Dollar gekostet und 113 Millionen Dollar eingespielt. Ich weiß noch, damals wurde es nicht als großer Erfolg gesehen. Aber auch nicht unbedingt als Flop. Auch nicht als Flop, es war so ein Mittelding. Ja. So, und ich glaube, dass man damals vielleicht nicht wirklich wertgeschätzt hat oder beziehungsweise den Film nicht so bewertet hat wie heute, was ich auch durch die IMDb-Bewertung, die ich jetzt mal ein bisschen früher nenne, bestätigt sehe. Und zwar, John Rambo hat mittlerweile eine 7,0. Okay. Der hatte vor vier Jahren eine 6,3. Okay, ja. So, und ich hab, als ich das vorhin gesehen hab mit den 7,0, ich hab, wie gesagt, vor Jahren das letzte Mal geguckt, ich war richtig, richtig happy, dass jetzt im Nachhinein immer mehr Leute sagen von wegen, hey, gut, gut, gut. Weil bei mir, in meinem Kopf ist der wirklich ein richtig guter Filmgespräch. Also ich mag den richtig, richtig gerne. Bei mir auch seit der ersten Sichtung. Bei mir war immer die OFDB die Seite, so ein bisschen die Anlaufstelle. Da war tatsächlich schon seit Kinostart ganz vorne mit dabei, Platz 112 oder sonst irgendwas. Also wirklich, wirklich gut auf die Seite IMDb, da bin ich irgendwie erst später drauf gestoßen. Aber eben, das unterstreicht's nochmal, die Leute schätzen den Film mittlerweile, sie verstehen ihn immer besser. Ja. Würdest du denn sagen, dass das ein Film ist, wo du in der Rambo-Franchise den so auf dasselbe Level wie meinetwegen 1 packen kannst? Oder wo würdest du den, wenn du jetzt ranken müsstest? Einfach mal jetzt, äh. Also, wenn ich jetzt tatsächlich einfach von der Benotung her gucke, ich mein, bei mir auf dem Kanal vergebe ich ja jedem Film auch eine Note. Teil 1 war bei mir der allererste Film auf dem Kanal, wo ich besprochen hab, wo eine 10 von 10 bekommen hat. Okay, krass. War der allererste Film, weil ich einfach dieses Gesamtpaket perfekt fand. Und Rambo 4? Eine 8,5. Also direkt im Ranking eigentlich schon an zweiter Stelle sogar. Okay. Welchen Film ich jetzt öfters schaue, das ist jetzt wieder was anderes, ne? Weil ab und zu braucht man halt einfach so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal das Cartoonhafte des zweiten Teils oder vor allem des dritten Teils, da hat man manchmal einfach mehr Bock drauf. Also, John Rambo ist jetzt kein Film, wo ich mir jetzt jede Woche angucken würde, aber tatsächlich filmisch sehe ich den schon relativ nah von der Qualität am ersten. Nicht so brillant, aber nah. Okay. Trifft zu 100% auch meine Evaluation. Ich bin bei Teil 1, das ist für mich klar der Beste. Ja. Ja, das ist ja auch Film immer eine sehr subjektive Sache. Natürlich, natürlich, natürlich. So, aber ich sehe auch Rambo 1 auf Platz 1. Danach kommt bei mir auch John Rambo. Okay, cool. Hat aber echt damit was zu tun. Und wie gesagt, ich mag die ersten vier ja alle. Hat für mich damit zu tun, dass ich einfach mag, wie John Rambo gealtert ist, wie er sich selber zeigt. So, und wie gesagt, vom Pacing, vom Tempo her, finde ich, ist der Film perfekt. Also wirklich, ja, kurzer Vorlauf. Ja, wir verstehen die Motivation und ab geht die Post. Richtig. Und jede Szene hat ihren Sinn. Richtig. Hat ihre Daseinsberechtigung. So, und das gefällt mir halt sehr. Und dann, ja, dann wird's schwer. Je nach Tagesform ist es halt mal zwei oder drei. Also, das ist halt, ja, also selbst drei, ich weiß ja, dass so viele Leute, ähm, Jahre lang, den zerrissen haben und so weiter. Aber ganz ehrlich, du darfst, und das ist vielleicht der Fehler, du darfst vielleicht Rambo 3 nicht mit Rambo 1 vergleichen, weil das sind komplett unterschiedliche Filme, auch andere Genres. Richtig. Und teilweise die Kritiker, wo dann sagen, hier im vierten Teil hat er das Cartoonhafte rausgenommen aus dem dritten und aus den ersten drei Teilen hieß es dann, wo ich dann gedacht hab, Freundchen, ähm, meinetwegen drei und ein bisschen zwei, aber doch nicht. Eins, null. Vergleich den doch nicht mit dem Cartoonhaft, dass der erste wäre, überhaupt nicht. Ja, es ist ja eh generell sehr, sehr schwer, Kritikern und Fans es immer recht zu machen. So, ich mein, es gibt ja selbst für die besten Filme aller Zeiten Leute, die sich beschweren und sagen, oh, das ist Mist, etc. Deswegen kannst du eh eigentlich nur verlieren, wenn du einen Film, äh, produzierst. Ja. Ich möchte gerne zum Abschluss noch eine Sache sagen und zwar, es gibt ja seit Jahren immer wieder mal Gerüchte von wegen, dass es eine Serie geben soll für, ähm, für John Rambo und Stallone hat ja auch vor kurzem noch gesagt, dass er wollte, dass Ryan Gosling ihn... Als möglichen. Als möglichen Nachfolger spielt. Ich hab keine Ahnung, wann das jetzt ausgestrahlt wird, ob es bis zur Ausstrahlung schon neue Fakten gibt, etc. Ich persönlich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, es generell weitergeht im Rambo-Franchise. Bei der Entscheidung Gosling bin ich ein bisschen skeptisch, wobei ich auch schon sehr, sehr oft überrascht wurde von Leuten, denen man's überhaupt nicht zutraut. Hier Joker mit Heath Ledger und hast du nicht gesehen. Drive mit Ryan Gosling. Ja, also es... Ja, also von daher, ja, das Letzte, was ich mit ihm gesehen hab, war halt der Barbie-Film, deswegen bin ich ein bisschen, äh, gebrannt, Marc. Ich bin froh, dass ich noch sein Bild als den Driver recht so präsent im Kopf hab, sonst würde ich mich auch deutlich, deutlich schwerer tun. Aber auf der anderen Seite brauch ich's, also ich persönlich jetzt, puh, tue mich schwer. Ich tue mich schwer. Mit ihm in der Besetzung? Generell. Generell. Dass noch was kommt. Mein Gedanke wäre, also wenn überhaupt nochmal was gemacht wird, fände ich es halt cool, wenn es unter der Regie von Stallone laufen würde. So, ganz einfach, weil kein anderer den Charakter so versteht, das Universum so versteht und dass es nicht erst in zehn Jahren gemacht wird, wenn Stallone entweder gar nichts mehr macht oder, Gott bewahre, noch Schlimmeres halt der Fall ist. Also wenn, dann müsste meiner Meinung nach Stallone noch seine Finger mit im Spiel haben. Ja, seh ich genauso. So, und dann könnte ich's mir halt vorstellen, ähm, ja, oder man macht's halt mal ganz, ganz cool und man lässt einfach mal die Finger von dem Meisterwerk und vergisst es, aber... Was mir persönlich, wie gesagt, am liebsten wäre. Ja, aber wir kennen ja Hollywood, äh, es ist ja kein Wunschkonzert hier. Nee, nicht wirklich. Ja, also bei mir kriegt John Rambo eine 7,8 auf der IMDb-Skala, was für einen Actionfilm sehr, sehr, sehr hoch ist und, ja, ein absoluter Liebling der 2000er, den ich immer wieder gerne schaue und der hoffentlich euch jetzt auch in der Folge hier gezeigt hat, wie viel Wertschätzung er von uns erhält. Und vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr viel, großen vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich hier sein durfte. Ja, nochmal ein Shoutout für deinen Channel. So, liebe Freunde, Shoutout für meinen Channel. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge hier und, ja. Was ist denn dein Channel, Willis Videotreff? Willis Videotreff, mein Channel. Da kommt jetzt so eine Frage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Hier, hei, hei, hei. Wie heißt mein Kanal? Ja. Ja, also der gute Mann macht echt sehr, sehr schöne Sachen, deswegen ist er auch hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Postet mal gerne in die Kommentare, wie ihr John Rambo seht. Wie rankt ihr den in der ganzen Rambo-Franchise? Ist eure Wertschätzung auch über die Jahre gestiegen? Also gerne reinballern, was das Zeug hält. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf SeanDavidTV. Hallo Filmfans, ich bin die Jazz, Produzentin von SeanDavidTV. Wenn ihr das Video mochtet, lasst doch sehr gerne euer Like da oder abonniert den Kanal. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, dann geht das über Patreon. Einfach auf den unteren Link klicken, denn dafür bekommt ihr für einen kleinen Betrag exklusive Podcasts, in denen ihr namentlich genannt werden könnt und eure Fragen stellen könnt, die wir für euch beantworten. Das war es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.